Es folgt die Weihnachtsansprache des brasilianischen Fußballministers. Meine lieben deutschen Freunde, ich wende mich heute an Sie in einer Herzensangelegenheit. Erst einmal möchte ich Ihnen zu Ihrer großartigen fußballerischen Leistung gratulieren. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, die deutschen Tugenden zu schätzen. Zum Beispiel starker Wille und bedingungsloser Einsatz. Doch plötzlich spielen sie auch noch leichtfüßig und elegant, brasilianisch eben. Bei aller Freude darüber bitte ich Sie doch auch Folgendes zu bedenken. Wir Brasilianer stehen vor dem wichtigsten Turnier der Welt, im eigenen Land. Sie können sich vorstellen, was es für uns bedeuten würde, diesen Titel nicht zu holen. Hier also mein Vorschlag. Spielen Sie doch bitte, bitte ein bisschen weniger gut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Mannschaft alles Gute für 2018. Vielen Dank. Danke schön. Give a little applause. Congratulations. Die Allemannien werden das super. Sie sind ja die Beste in allem. Sie sind ja die besten Fahrzeuge im Alltag. Volkswagen, das Auto.